Nicht vergessen. Morgen ist Papas Todestag. Echt, ey. Wie könnten wir das vergessen? Und übrigens, ich finde das sehr mutig von Ihnen. Ich finde es wichtig, dass wir Frauen solche Sachen zur Anzeige bringen. Es ist eine Prüfung. Eine Scheissprüfung. Herrgott, das ist 14 Jahre her. Sie soll zum Psychiater. Es ist Tradition. Aber nicht für mich. Für die Familie schon. Stefan, ist im Jenseits.